1. Laufen stärkt das Herz und die Lungen. Das Herz pumpt mehr Blut durch den Körper, das Lungenvolumen nimmt zu und du kannst besser und effizienter atmen. Regelmäßiges und vernünftiges Laufen senkt das Risiko an einer Herzkrankheit zu sterben um bis zu 40%. 2. Laufen stärkt die Knochen und beugt Osteoporose vor und vermindert das Risiko von Arthrose. 3. Laufen ist ein Stresskiller. Es baut Stresshormone wie Adrenalin ab, die eine gefäßschädigende Wirkung haben. Laufen ist die perfekte Möglichkeit um nachzudenken und Probleme und Stress vom Alltag zu verarbeiten. 4. Laufen verbessert den Stoffwechsel und verbrennt Kalorien. Durch den Einsatz von Sprintpassagen beispielsweise wird dieser Effekt noch weiter unterstützt. Laufen hat zudem einen positiven Einfluss auf deinen Insulinspiegel. 5. Laufen härtet ab und beugt Infektionskrankheiten vor. Das Immunsystem wird gestärkt und lästige Erkältungskrankheiten haben keinen Nährboden mehr. 6. Laufen und speziell Sprintpassagen erhöhen den Anteil des Hormons Testosteron im Blut. Bei einem gleichzeitigen Einsatz von Bodyweight-Übungen beispielsweise im Laufen wird der Muskelaufbau somit weiter optimal unterstützt. 7. Laufen schützt Knie und Gelenke. Laufen und Gewichtsabnahme senkt die Belastung für die Gelenke. Außerdem entlastet eine starke, knieumspannende Beinmuskulatur deine Kniegelenke. 8. Laufen macht glücklich. Serotonin und Endorphine sorgen für einen Kick. Laufen reinigt deinen Geist und du wirst vor Ideen nur so sprühen. 9. Laufen hilft bei Schlafstörungen und unterstützt somit die Regeneration. Der Ruhepuls sinkt und du gelangst schneller in erholsame Tiefschlafphase. 10. Laufen hat viele weitere positive Einflüsse auf Blut, Hormone, Nerven und Organe. Mit Laufen kannst du dein biologisches Alter um bis zu 15 Jahre senken.